So, hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen Video hier aus Kamp-Blindford. Heute ganz kurz. Ich präsentiere euch die neue Kollektion von uns. Wir haben ein paar richtig coole T-Shirts für euch gemacht. Und ja, die Anfrage war sehr sehr hoch und heute zeige ich euch diese ein bisschen. Also wir haben die Schlüsselanhänger. Die habt ihr schon bei Instagram und Co. gesehen. Käppis in verschiedenen Farben, verschiedene Materialien, ob so ein Alcantara Stoff etc. Also wirklich Auswahl ist sehr groß. Verschiedene Formen? Verschiedene Formen, ob so oder so. Alles ist bei uns im Shop unter www.friore-fashion.de So sieht's aus. T-Shirts, komm mal her. Wo sind die T-Shirts hier? Wir haben sowas. Kann man so gut sehen. Auf der Kamera. Sieht cool aus. Hinten nix. Einfach nur schlicht. Wir haben so ein bisschen Camouflage. So ein P und Set Priority. Set Priority. So sieht's aus. Dann haben wir sowas. Ganz schlicht. Kann man jeden Tag tragen. Disco, Date, wo auch immer. Tender, Gaurival, damit sich zeigen. Ist das sowas? Auch mein Favorit ist das D-Shirt. Finde ich sehr sehr cool. Auch die Farbe. Finde ich schon. So. Sehr gut. Das hat sich der Norm ausgedacht. Also alle Fans von Norm. Bitte. Das ist der Beste. Das ist der Beste. Ich hab so einen Carbon. Schaut mal her. Ihr gesehen schon am Anfang. Das ist auch cool. Ja. So grün mit so einem giftgrünnes Priority Design. Finde ich sehr 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 cool. Das Design finde ich auch sehr cool. Achtung. Ich finde alle cool, weil die neu sind. Ja. Wir haben so viele Designs gemacht für euch. Das finde ich cool. Da haben wir auch in Carbon mit Orange. Ja. Alle T-Shirts sind unisex. Das ist so ein bisschen Vintage. Das hat sich der Norm ausgedacht. Ja. Camouflage. Ganz einfach Prior. Kann man überall anziehen. Finde ich cool. Mein Favorit, meine Lieblingsfarbe 2020 ist Mint. Die ist sehr schön. Können wir eigentlich hier das passende Fahrzeug mal so einblenden, wenn du jetzt guckst, oder? Oh ja. Vielleicht in unserem Bild. Ja. Wir hatten jetzt vor kurzem einen Lamborghini Aventador hier gehabt. Und das hat eine Mintfarbe gehabt. Bombastisch. So. Hier etwas mehr Glanz. Ne? So sieht es aus. Meine Lieblingsfarbe wieder. Tada. Sieht sehr schön aus. Finde ich. Ich mache so Farben. Zum Beispiel auch das. Guck mal her. Auch dieses Grün finde ich richtig richtig schön. Früher habe ich auch M gehabt. Ja. Das ist so. Schon. Zum Ausgehen. Ach. Das hat die Christine gemacht. Das Design. Schau mal her. Also wer die Christine mag und kennt, kann das T-Shirt kaufen. Muss ein Bestseller werden. Ne? Also sowas. So was. Jetzt kommt mein Lieblings-T-Shirt wieder. So. Also. Die beiden finde ich sehr, sehr interessant. Auch die Farbe. Ne? Schaut mal. Das ist Giftgrün. Äh. Mintfarben. Äh. Und so weiter. Finde ich sehr, sehr, sehr. Sehr. Auch hier. Prior in Carbon. Ja. Und Prior Design in Giftgrün. Also. Das war nur ganz kurz. Ich will jetzt nicht so viel quatschen hier. Wer irgendwas bei uns im Shop sich aussuchen möchte, der kann gerne auf www.prior-fashion.de. Vielleicht können wir nochmal hier einen Link einblenden. Ja. Ich würde mich freuen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis dahin. Tschüss.